Die angeblich 10 reichsten Menschen in der Welt, laut des Forbes Magazines. Platz 10 Mukesh Ambani, 90 Milliarden Dollar, abonnier mich. Platz 9 Steve Ballmer, 91 Milliarden Dollar. Platz 8 Larry Ellison, 106 Milliarden Dollar, abonnier mich. Platz 7 Sergey Brin, 107 Milliarden Dollar, boah. Platz 6 Larry Page, 111 Milliarden Dollar, abonnier mich. Platz 5 Warren Buffett, 118 Milliarden Dollar. Platz 4 Bill Gates, 129 Milliarden Dollar, Nihoyasibir. Platz 3 Bernhard Arnold und Familie, 185 Milliarden Dollar, Nihoyasibir. Platz 2 Jeff Bezos, 171 Milliarden Dollar, abonnier mich. Platz 1 Elon Musk, 219 Milliarden Dollar. Dass Rockefeller Rothschild, Soros, Morgens und Co. nicht auftauchen, finde ich allerdings ein bisschen seltsam.